Moin Leute, was geht? Crispy hier, Season 5, Woche 4, Suche zwischen einer Tankstelle, einem Fußballfeld und dem Stunt Mountain. Der Stern befindet sich unter Pleasant Park, die genaue Position des Sterns seht ihr jetzt im Video. Okay, soviel zum Battle Pass Stern aus Woche 4. Ein Video zu den brennenden Regen kommt natürlich auch heute noch online, also falls ihr diese Challenge noch nicht habt, checkt auch auf jeden Fall das Video ab. Okay Leute, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da und lasst doch auch ein Abo da für wöchentliche Battle Pass Lösungen. In diesem Sinne, man sieht sich im nächsten Video, haut rein, ciao!